so was von mit eindecken mit farbstoff was glaubst du warum ich so lange auf der suche nach lapislats so lieber doch ich weiß es so grün farbstoff habe ich dabei jetzt habe ich wieder kann man hier ein paar berries futtern weg damit damit weg damit weg damit jetzt auch hier creeper kopf auch Zing, 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 zing echt jetzt mit einer nahen kappe da ist so ein bisschen gewesen mit der langen kappe alles klar ich habe noch mal irgendeine plöre gescannt super super es ist es ist ja ja ich höre grünen jetzt mal dran vorbei du blödes pferd jetzt habe ich natürlich wieder keine schaufel dabei war ja klar hallo bärchen wo kommst du denn her dämliches pferd geh mal weg echt mal willst du gerade so eine aura scheiße da scannen rennt dir dein pferd vor die nase ja wirklich das ist das ist es gibt nichts nervigeres das war ja klar ich sehe es kommen ich stürze gleich noch irgendwo rein weil ich die die aura notes am abscannen bin ja mit sicherheit zack tot ich bräuchte eigentlich mal so eine blaue aura note aber irgendwie scheint es das nicht zu geben also zumindest nicht hier so in der umgebung geht ja gar nicht kaktus ab ich mache ich mache meinen grünen farbstoff nämlich selber da hast du kein tor in das ding eingebaut was in den pferdestall doch bei mir natürlich naja ich bin trotzdem rausgekommen hallo 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 natürlich habe ich im tor hier sind vor her der stand das pferd davor es ist wie gesagt es ist noch nicht wirklich eingerichtet aber nur und da in die mitte was am besten noch eines weiter das so von der kassel mit ist eine feuerstelle reinpacken da kommt irgendwie ein tisch hin und hier kommt ein riesen plasma fernseil übertreibt halt gleich mal wieder hübsch hübsch ja das finde ich halt hier extrem cool so ja und da weiß ich noch nicht da soll auch keine ahnung weiß ich noch nicht wie ich das mache ja das ist die bettwäsche die du ausgesucht hast ja nein die ist noch nicht fertig ja weil du kannst ja mit dem hammer auch die bettwäsche ändern dass das weiß er schon das weiß ich noch nicht aber das ist gut zu wissen ja und da so ein bild so das übliche halt ja genau und hier ist halt mein deko zwischen ja wenn geht es da da geht es dann noch so hoch hier so hinter der treppe ja scheiß auf die leiter da komme ich nie wieder runter ich komme auf die dinger nicht klar ja hoch aber runter besser ist bei dir ja und hier oben weiß ich noch nicht wie ich das hier gestaltet ich kann es ja so eine art kaffee einrichten hast du musst da jetzt weg ja das ist voll süß so ihr beiden ich wollte gerade sagen wenn sie die abhauen ist mir das egal da bin ich nicht dran schuld ach ja war hier noch irgendwie was interessantes ok habe ich noch nicht wirklich erkundet das ist schon in der bank drin ach so danke dir danke dir bitte bitte sehr sehr cool was zum teufel ja natürlich das konnte ich das geht noch nicht die schienen gehen auch du bist so ein behindertes pferd horst ja hier ist so irgendwie so ganz komische erde ok smoldering grassblock und schienen was zum fick ist das also hier ein baumhaus gebaut das war schon so das war schon so ach du heilige was ist denn hier alles drin hast du den scheiß reingepackt ja ein teller mit ganz viel essen drauf kann ich die noch scannen die gehen nicht geht nicht geht nicht geht nicht lol habe ich jetzt den teller lag gegessen na toll offensichtlich ja ich 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 bin hier gerade die sachen am scannen oh cool macht ja nix das passt schon eukalyptus holz geil ohne scheiß was ist das für ein cooles baumhaus ja das war das war aber schon vorher so halt eine jukebox oder die gab aber die gab aber noch mal gut ja ne den fischboden kaktus kann ich nicht ohne scheiß hammer bude ja ich wäre hier geblieben ja gut ist auf dauer ein bisschen a klein das ist das ist ja eben das hat nämlich auch nur ein zwischendurch putze ja ne das ist geil aber ansonsten ne das haben wir jetzt alles gescannt eukalyptus blätter sehr schön sehr schön äh die eine not hier hast du die schon warte mal äh obwohl warte mal erstmal hier anpflanzen äh königsorchidee ne die geht nicht so und oh so sehr gut äh hier war doch irgendwie ne note hier hier wo ich stehe hier wo ich stehe du bist gut ja na hier so hier unterhalb des baumes des baumhauses links hinter mir alles klar ja da hast du nämlich ne note giant timber bamboo ok ok hier unten ist ein bett ok kann ich das auch noch scannen ja natürlich gibt auch noch mal klopapier ist sehr schön ja 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 ich muss ja schon ehrlich zugeben ich würde das ja gern hier weghauen was denn das eukalyptus gedöhnt sein aber das sieht so mega genial aus so horst komm bei mich ey das baumhaus ist echt episch ja das ist sehr geil ja auf jeden fall was ist das für holz das braust wir da nicht das können wir nicht horst wo rennst du hin ach du bist doch ein blödes pferd du bist so ein sack doofes pferd ohne witz ja aber echt hey was haben wir hier ok wie das so ne komische quelle schaufel habe ich natürlich wieder mal keine dabei na toll was zum teufel hat die kuh auf dem kopf ach das habe ich schon das haben wir auch schon gescannt oh was haben wir hier schon ach ne das sind nur hässliche gooseberries die haben wir schon ja 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 ja